1,75 €, ist doch vom Preis her normal. Fassen wir durch. Entschuldigung. Danke. Wann wird es wieder wärmer? So wie Silvester, da war es schön. Jaaaaaaahhhhhh So, das kenne ich. Ich habe gar keinen Bock mehr um mich zu arbeiten Wobei ich relativ früh fertig bin, dafür kann ich 14 Minuten nach Hause gehen Oh, tut es gibt einenlichen Angriff ausdrücklich Und ich habe nichts, das ist es ein Sammeln Ich habe auch immer wieder ein Doppeln Untertitelung des ZDF, 2020 Nach rechts, ok. Also richtig. Ja, eigentlich nicht. Ja, ist übelst kalt. Ja, eigentlich nicht. Ja, eigentlich nicht. Ja, eigentlich nicht. Ja, eigentlich nicht. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018